Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde TTT. Ja, wir spielen mal wieder TTT. Diesmal, hallo. Oh, irgendwie in einen Server rein, danke. Ja, diesmal spielen wir wieder TTT und ja, dann fangen wir jetzt mal an. Ach, es ist schon mal wieder TTT zu spielen. Ich will mich da auch ein bisschen leiser machen. Ach, ist das schön. Das ist echt schon mal wieder TTT zu spielen. Heh, letzte Vogel kam ja auch. Hier neben ein Ding. Ja, er stand mir im Weg, Alter. Habt ihr denn gedacht? Da ist eine Kiste. Da ist eine. Da ist eine und komm. Da ist auch eine. Gut, dann löfe ich das weg. Ach, bekomme ich mit 64 Pfeiler. Das ist doch schon mal gut. Ja, man kann mich noch nicht abwerfen. Alter, mein Finger schläft gerade an. Komm. Ich will tönen. Ja, ich kann natürlich in Theorie reden. Hey. 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 Na, ich verkacke noch, Alter. Was habe ich mir dabei gedacht? Ja, moin. Alter, was habe ich mir denn dabei gedacht? Ich bin eine große Runde. Oh. Wieso kann diejenigen so, ja moin, da kann ich rein. Ja, moin. Grundloses Töten von Spielern ist verbunden. Ja, war klar. So, gehen wir auch noch mal sicher. Ja. Ich bin hier auf dem Baum. Toll. Hm. Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier rausgeflogen. Hey, was soll das? Was soll das? Was soll das? Oh mein. Ich bin kurz davor rausgeflogen, ey. Ach, das gibt es doch nicht. Doch, aber Allah. Ach, die gute Anwerbung. So ist man, man. Hey, was waren jetzt meine? Ach, ich glaube hier, diese ganze Scheiße nicht. So, jetzt geht es aber los. Eine Kiste, zwei Kisten, drei Kisten. So. Das kann ich da hin tun, das auch, das auch. So. Bitte nochmal, Twitter. Beat den normal, Twitter. Oder Detective ist auch immer schön. Und da ist der Tester. Ah, ich bin schon müde. Ja, ich bin weiter. Oh, ich kann stimmen. Mit Tee. Äh. Tee. Hm. Wasser. Ähm. Asso mit Schles Shop. Hä. Aber nur, wenn ich welche. Oh, die geht auf. Aha. Gott Oh 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 Ich bin für ein Urhebster Oh 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 Lol Weg hier, weg hier, weg hier Fuck Das lebt nur noch ich Ich muss jetzt zwölf Minuten durchhalten Toll Ich muss zwölf Minuten durchhalten, ganz alleine Ja Moin Hier, die stehen ja alle Wen geh ich in den Tester, hallo Nein Oho, wo se Ja, wie soll man das denn auch allein schaffen, alter Ja Gleich wieder voll Oh, die TTT Map Oh, bitte Die ist eigentlich recht cool Die Standard Map Die originale Map Ach Wie schön, dass das Drum'n'1 ist Ja Bleh Da Toll Ganz toll Ganz toll Aber ich Eigentlich nur Ich weiß auch wo die Ja, die ist da am Leuchtturm Die würde ich mir holen Die Die möchte ich mir eigentlich gerne holen So, das schon weg So Ja Hey Alter Alter Bleib ruhig Bleib Ja Ja Alter Ich komm hier Oh Gott Hier ist der Tester Scheiße Oh, hier ist der Tester Ich muss erstmal wieder generieren Ich Ich muss generieren Ich muss erst wieder generieren Hallo Ja, generier doch Hallo Hallo Ich hab auch mal einen Schild Oh, hallo Wie sind die alle? Ah Hallo Doshi Ja Hallo Ich bin wieder voll Wer hat denn einen Schild der? Oh Gott, was machen die denn da? Ja Sag mal Ey Er hat mich doch gar nicht getroffen, Alter Der Ich will jetzt nicht aussprechen Finde ich nicht, dass das Video nicht verfügbar dann ist Jetzt kommen wir schon auch zur letzten Runde Mein letztes Video hatte nicht so viele Aufrufe Ich weiß zwar nicht warum, aber hatte nur drei oder so Ich hoffe, dass wir ihn jetzt mehr Ja Vielleicht kommt ja auch morgen Ja, ich nehm das Ich nehm das eigentlich recht ganz 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 kurzfristig auf, weil ich die letzten Tage keine Zeit hatte Nehm ich das ganz ganz kurzfristig auf Das Video kommt nämlich heute dann noch am 2. Dezember Ja Wir haben's gerade Ja, ich verrate es mal 20 und 26 und Das Video kommt dann gleich an Ja Ach Ist das schön ganz 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 kurzfristig aufzunehmen Ja Ja Gleich drei Kisten Ist auch nicht immer recht schön Ähm Sechs Fünf Bitte Ja Ja Ich will ihn tot haben Oh Gott Wir übernehmen die Macht Ah Alle rennen zum Test da Ah Alle rennen zum Test da So Lass ihn mir auch So Slash Schaff Ich habe Drei Punkte Innocent hier geht Ich brauche 4 Ich brauche das irgendwo noch einer ist Sag mal Ich glaube es hackt hier Ja In der Luft GG Alter Gut das war's auch mit der Folge Lasst einen positiven Kommentar da Lasst einen positiven Like da Und lasst ein Abo da Und haut rein und ciao Ciao